Seit Deco Annie und ihre Swamp Cats gastieren am Samstag im Spitalstadl in Freistadt. Im Gepäck haben sie Sounds und Grooves, welche die Zuschauer nach Louisiana entführen. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse für 20 Euro. Das Museum Lothar Fischer in Neumarkt lädt am Mittwoch den 11. März zu einer Führung speziell für Senioren. Sie erhalten im Rahmen einer 45-minütigen Tour Einblicke in die aktuelle Ausstellung mit Werken von Alfred Krämer. Für alle Teilnehmer gibt es Sitzgelegenheiten und im Anschluss an die Führung Kaffee und Kuchen. Der Architekt Professor Florian Nagler, welcher unter anderem für kreative Holzbauten bekannt ist, eröffnet am Mittwoch den 11. März die Frühlingsstaffel der Vortragsreihe Architektur und Baukultur. Im Museum für historische Maibachfahrzeuge in Neumarkt präsentiert er dann seinen Werkbericht unter dem Motto Altes und Neues. Dieser ist auch für Architektur-Line geeignet. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Immer mehr durch die Führung des ZDF für funk, 2017